Im Rahmen des Untersuchungsausschusses ist auch zu klären das Verhalten der politischen Entscheidungsträger. Und schon jetzt, sehr geehrte Frau Senatorin Jürgens Pieper, kann ich sagen, dass wir als CDU-Fraktion für Ihr Krisenmanagement überhaupt kein Verständnis haben. Es war falsch, nach Bekanntwerden der Umstände der Keiminfektion nicht zuallererst die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Das wäre der erste notwendige Schritt gewesen. Und es erschüttert mein Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn Ermittlungsbehörden auf mögliche Tötungsdelikte aus öffentlichen Rundfunksendern erfahren müssen. Das ist ein unzumutbarer Zustand, Frau Senatorin Jürgens Pieper.